Es bleibt beim 1 zu 0. Dann erneut Überzahl für Bremerhaven. Und auch das ist ein Spezialgebiet von Mark Zengerli. Mit dem Auge der etwas riskante Pass rüber auf Sigoura. Der kommt noch einmal an die Scheibe, wird nicht angegriffen. Und zieht ab. Der Ausgleich verdient für die Fishtown Penguins. Bremerhaven hatte sie mehr oder minder in die Partie zurückgeholt. Hier das Auge von Zengerli, schön verschoben. Berlin nicht optimal positioniert. Und dann Sigoura mit seinem ersten DEL-Tor vorbei an Darm. 1 zu 1 nach dem ersten Drittel. Die Zuschauer zufrieden, 11 zu 8 Torschriften.